Ich bin so ein Idiot. Cool. Ha, Clementine wärst aber ein Orange gewesen. Okay. Ja, cool. Und wieder out of memory. Chasmeth, Checkpoint verwenden, um wiederzubeleben. Äh, okay. So, wie mache ich Nahkampfangriffe? Einfach attacken, hier. Achso. Aber wir können uns nicht gegen... Oh, doch können wir. Ich dachte gerade, weil die Anzeige grün war. Deswegen dachte ich gerade, wir könnten uns die Anzeige. Aber... Ich kann auch das. Ich frage jetzt nur, wo wir hin müssen. Ups, ja, noch. Da, wo es rot ist. Das erinnert mich so hart an, 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 äh, die Anzeigen King, die, äh, das Areal hier. Oh. Cool, der macht das erst mal zu. Ja, muss erst mal gucken, was hier was macht. Hallo? Nicht so kopflos, mein Herr. Was ist das? Ja. Gesucht. Aber nichts gesehen. Shit happens. Was ist das da hinten? Was ist das da? Ja, da habe ich auch keine. Ja, das sind Enemies. Enemies. At the gates. Oh, äh, hi. Okay, da sucht man wohl nicht an. Okay, ja. Wow. Oha. Nicht auf das, oder was? Oh. 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 Oh, was ist das eigentlich? Wo ist der Hund? Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Hund? Ich müsste eigentlich versuchen, nicht aufzuheben. Äh, man ist wieder runtergegangen. Der grad steht auch. Ja. Das ist natürlich schon mal ne geile Sache. Problem ist, bringt ja nichts. Es wäre schön, wenn du mich jetzt redst. Eigentlich müsste der Hund das machen, aber er macht es nicht. Aber der denkt gerade ab, das ist auch ok. So, jetzt ist er bei dir. jungenskirchen alter hallo den hier angreifen vielleicht und ok dann geht das nicht keine ahnung ach scheiße hast kein herz mehr oder aber wieder ausgespuckt worden mal gucken wie gut nahkampfer ist ja sehr gut ist fahrstuhl oh gott der klaus das ist jetzt nicht die scheiße ja deine mutter als solchen da ausweichen nicht im schild wofür ist das schild jetzt mal ohne witz damit du da nicht rauskommt müsste ich wenn du noch was der hund kann das nur alle zwei minuten du brauchst eine reniktaufladung ich weiß nicht ob das die hauptfähigkeit ist nein ich wollte mich gerade heilen jetzt müssen wir hier irgendwie wieder raus na ja im grunde vom checkpoint reisen oder wieder rausgehen das laser ok cool ich könnte auch gar nicht mal reagieren ich war direkt oh gott das laser ach so man kann sich ja bewegen stimmt total vergessen scheiße der kommt her die zeit hast du noch nicht viel und du bist tot ich bin auch gleich tot man da steht man gerade und wenn tot ich brauche viel mehr als einfache informationen ich muss tal ratas wesen begreifen das ist aber bestimmt der mit dem wir gesprochen haben am anfang oder alles andere muss drinnen existieren aha macht tal ratar ausfindig bringe mir sein echo naja ja vielleicht rechts immer rechts haben termine sorry da drüben ist was ok ok hauen und die werden ja aber auch nachher geschmissen da nix besonderes mehr aber ja moin alter wie viele sind man jetzt kann ich erholt das geschlafen wir hätten uns unten an das feuer setzen das feuer vor versuchen runter zu springen ich habe überlegt ja hallo jetzt ist verpackt nehmen hier spieler hat da kommen noch ein paar ok wird man erstmal links ist auch noch riesen gebäude da kommt man hinter unten kommt man hin ich will erst mal gucken ob man hier oben irgendwie raufkommt da bist du dann in diesem giftigen ok wenn du da reinläuft scheiße einfach runterspringen überlebt man nicht okay man ist gleich ganz tot kritischen punkte kopf ne kopf ist es nicht ich habe gerade voll den kopf weg geschallert ich glaube da könnte aber der aua weiß oh da oben nächst du schmeißt ja ich glaube ein spiel schluss ja ich komme mein spielschlusser türürür türür türür tür türür 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 Vielen Dank.